Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und heute werden wir ein Werkzeug zum Formen deiner Widerstände 3D drucken. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du mir ein Preisangebot machen, was du bereit bist, für das 3D-Modell zu zahlen. Du kannst es aber natürlich auch kostenlos herunterladen und mich kostenlos mit einem Abo und einem Like unterstützen. Außerdem kannst du gerne unter dem Video etwas kommentieren. Du kannst zum Beispiel Vorschläge für nächste Projekte kommentieren, oder Kritik äußern, oder einfach für den YouTube-Algorithmus einen Kommentar schreiben. Fangen wir also an. Das Werkzeug zum Formen deiner Widerstände benutzt du, indem du den Widerstand in die dafür vorgesehene Kuh alllegst und die beiden Enden des Widerstands nach unten gegen das gedruckte Plastik drückst. Ich würde dir empfehlen, mit der einen Hand das 3D-Modell festzuhalten, während du mit zwei Fingern der anderen Hand die Enden des Widerstandes gleichzeitig nach unten drückst. Das geht sehr schnell und du erhältst einen fast perfekt geformten Widerstand. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vergiss nicht, das Video zu likern und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte kommentier unten, wenn du Fragen oder Ideen hast.